Hey, da ist glaub'n Krokodil im Wasser, den muss ich mal angucken. Aber nur gucken, nicht schießen. Ah, da ist dieser hässliche Riesengiraffenvieh. Guck da, mit seiner fetten Schnauze. Ach, ach. Ich hab' nur einen Scherz gemacht, du kleine Misstra... Oh, das ist der Drache! Weißt du, wie geil das gerade aussah, wie er erzählt? Auf einmal kommt das Ding aus dem Wasser, schnappt, weg ist er. Ah, wie gut. Und so it begins. Vengeance waves. Fury rains. With our last day. So it begins. Oh, 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 oh. So it begins. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. When worlds collide, blood divides. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier oben ist eigentlich immer Ja, ich glaube, da sehe ich die Foundation, wo ich das Bett drauf platziert habe Da hinten rennen, äh, Fionin, keine Ahnung So, dann mache ich hier abhau-bereit Ich sehe hier gar keinen grünen Strahl Ja, hier unten habe ich immer gebaut Wie weit muss ich denn noch zurück Aber ich glaube, ich mache das eine Bett auch noch hier Aber wahrscheinlich, wenn wir hier Pech haben Oh, oh nein Oh, einfach weiterlaufen Ich brauche jetzt auch einfach nur Stumpfchen Hier müssen wir jetzt aufpassen auf Schlangen Da noch umbenennen Da ist eine Schnecke Umbenennen, dass sie sich 1, 2, 3, 4, blablabla, ja So, ich bleib bei meinem Beeren Alter, warum ist denn kein Fleisch mehr hier im Feuer? Hat das etwa dein Pilo rausgenommen, bevor er gestorben ist? Äh... Keine Ausdauer mehr Oh, hier ist eine Schnecke Ja, ich finde die sehen cool aus Die sind geil, ne? Das stimmt Die machen ja auch Paste, also, äh, Zement stellen die her Oh, nice Ich brauche so eine Den musst du auf Wandern stellen Dann kannst du immer mal in den Katar rein Die machen, äh, Zement, Polymer Ja, so wie der kleine Schnecke Organisches Polymer machen die Oh, oh, hier wird... Oh, 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 oh Was ist los? Was ist los? Oh, Böse die los Ja, ja Das zum Thema... Alter, das war ein Allosaurus Krass Alter, Level 8 Ja, aber das reicht schon Wenn die zu dritt unterwegs sind, reicht das schon Ja, das waren zwei Wenn ihr da den Alpha begegnet ist, Alter Junge, Junge, Junge Muss man doch hier rüber Scheiße Ich muss pinkeln, ne? Bist du noch bei mir? Ja, ich bin da oben Da oben Ich bin hier unten Ja, also da unten Ich bin da oben Muss kurz kennen Ich geh mal kurz testen hier Also Piranha mäßig Safe ein Hai Aber hinten, oder? Ja, der ist ein bisschen weiter rechts von uns hier Ja, der ist ein bisschen weiter rechts von uns hier Aber wenn wir hier so schwimmen Ja, obwohl der Hai ist gar nicht so weit weg von uns jetzt Das hilft, sieht er uns nicht Jetzt hat er mich Oh ja, er kommt Ich hab keinem Leben mehr, fuck Schwimm, Junge Wow, was hast du denn? Oh, das ist ein Bayronix Nein Der kommt von einer Seite Ja, ja, der Alter, ich warte hier auf dich, kein Problem Check Alter, woher kommt der denn? Den hab ich gar nicht gesehen Oh nein Oh nein Nein Nein, 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 nein Nein Ich hab die Kibbel, Alter Ich hab die Kibbel Alter, nein Beginnt grad das große Stern Ach, scheiß Vogel Meine Hand tut weh Ist das ein Bayronix? Läuft denn sowas bei uns? Oh, das ist so ein Dieb, Alter Oh, hau ab, Mann Wenn der mir die Kibbel klaut Ne, rast dich aus Hast du, Kenny, hast du es geschafft? Ne, der Vogel hat mich so angegriffen Ich lauf jetzt zurück und bringe schon mal das Obsidian, was ich habe Zoll Der ist jetzt im Wasser ohnmächtig geworden Scheiße, ich komm an meine Kiste Nein, der, äh, Dieb, der mir das Essen klauen wollte Geil Wir hätten ein Boot nehmen sollen Wir haben doch noch ein Boot da drüben stehen Ah, komm, lass mich doch in Ruhe, bitte Ja, das bringt nichts bei dem, was da auf der anderen Seite läuft Mist Na, hier läuft zur Zeit gar nichts Hä? Okay, er hängt fest Alter, das ist doch ein riesengroßer Dino Oh, Kenny ist tot, nein Also der Hai, Hai ist genau an deiner Leiche da Was ist ein Säberthuf? Ein Säberzahntiger So was existiert Ich hab den Hai angeschossen Aber der backt voll rum, der guckt mit dem Kopf nach unten Ich glaub, der ist festgef... Ey, alle haben hier Probleme mit Tod Ja, ich hab meine Leiche geliehen Ah, der, der Byronix hat den Hai getötet Oh, Schlange Wasser! Schlange-Was... Oh Gott, oh Gott! Bleibt der nur im Wasser? Der ist jetzt im Wasser drinne und hat den Hai gefressen Alter, da ist die Schlange Ich sag ja Oh, nein, 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 nein Ich hab das Kippel Ist das spannend, Alter, ey Diese Scheißschlange, Alter, diese Scheißschlange. Bist du grad getötet, Banda? Nein! Noch nicht, aber... Nee, doch nicht, auch so. Es klingt schlauend. Aber ich schlaf gleich ein, wenn's so weitergeht. Aber ich hab die Schlange abgehangen, glaub ich. Wow, da ist noch der Hai. Nein! Der Hai ist tot, der Hai ist tot, das ist der Bayronix, der da noch drin ist. Nee, der Bayronix ist tot, der Hai lebt noch. Alles klar, auf jeden Fall hab ich ein Schlangenproblem. Willst du kurz ausruhen? Ich kann höchstens versuchen, die... Ich bin Herkuless! Du kenn ich, ich hab's schon mal oben aufs Feld geschafft, aber ich finde, das... ...dob sie dir halt nicht. Ja, äh... Boah, scheiß Ovi Raptor, Alter. Ach nee, ich bin erst da unten, wo die ganzen Eisensteine sind. Nee, nee, da musst du bis weiter nach oben. Äh, wo ist denn die Schlange hin? Ich würde aufpassen, die rennt immer zu dir. Mich seh's halt grad nicht. Oh, Kombi. Jetzt kommen wir doch, Kombi! Alter, was ist hier los? Also so ein Minitipp, äh... Ich hatte die Viecher jetzt auch zum zweiten Mal am Hals gehabt, und ich bin aber durch die Steine immer hin und her gerannt. Ja, das hab ich mit dem Vogel auch gemacht. Aber dann war da noch ein Sehwitz an Team und ich schaffte ihn gebrochen, knapp. Ah ja, nur Chance dann, ja. Hast du Prime Meats, Samuel? Genau. Oh Gott, was hat denn der für'n Radius von Agro? Eisvögel, ey. Äh, wir müssen dann hier hoch irgendwie, ne? Aber jetzt wird's auch dunkel, glaub ich. Aber warte, jetzt mal ganz kurz, muss mal ganz kurz dich anziehen. Äh, nee, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht zu meiner Leiche. Ach, das ist der Hai! Tatsächlich! Der lebt noch. Kann ich mich schneller ausrüsten? Ja, einfach doppelt draufdrücken. Aber vielleicht kannst du ja... Ja, danke. Jetzt hab ich Narkose gefressen, Mann. Geil. Kenny, kannst du hochrennen, ne? Lein, 40 gedatet. Was? Einfach den Berg hochrennen? Alter, ich brauch schnell... Alles klar. Aber hier ist alles safe. Ja, aber ich kann dir sagen, meine... Achso, dass du mir was zuschmeißt. Ich geb dir das Obsidian. Boah, du hast natürlich auch keine Weiße. Und dann rennst du in den Herd, oder ich renne runter. Oh, Fleisch fress aber unser Bett. Oh, oh. Bleib hier hängen, bleib hier hängen. Wie lange brauchst du, Semmel? Wie lange... Wie viele Sterne hast du? Ich schmeiß doch jetzt Metall raus. Zwei Stück. Ey, ich hab auch ne verfickte Schlange. Was macht die denn hier? Oh, Alter, das klingt krank worden. Das rastet jemand aus. Okay, ich konnte den abhängen. So, jetzt geht's ganz rapide runter, ja. Jetzt kommt die Schlange so. Ja, die ist da hinten. Ich hab's für Glück festgebackt. Oh, jetzt ist neblich alles, Mann. Da sind wir jetzt ne verfickte Schlange. Ich saufe hier. Die hat mich kaum gemacht. Ich bin im Wasser. Wir haben hier hinten irgendwo ein Lagerfeuer. Da müssen wir noch Fleisch machen können. Warte, Kenny, ich versuch mal hier oben ne Kiste hinzusetzen. Sind sonst gleich da. Wo ein Stego ist, ist eigentlich immer safe. Oh, Spino! Spino! Das ist Spino hinter den Steinen, Alter. Mein Gott, ich bin ein Wasserwesen. Trinke das Wasser. Du hast Kiem. Du hast Kiem, Gehirn. Einfach mal, dass ihr ein paar Steine sagt. Oh, das geht aufs Maul. hallo ich dir geben ja mama mal gucken kannst du 100 das deck tragen wenn das nicht wo ist das hier ja ich kann noch mehr tragen sicher oder willst du erst mal bloß mit den 100 dass ich sonst hier mehr wenn du noch kann zwar die straße erst mal das kosmetik zeug hier raus hat hier noch holz ich mache nämlich jetzt hier eine kiste hier oben das war doch nie warte wo sich der baum drauf hier noch so ein scheiß flug nein den stück weil ich mache jetzt eine kiste wenn ich runter renne nämlich nämlich packe ich meine spitzachs hier rein ok weil es dann wenn man dann stirbt genau dass du die spitzachs immer noch hast ja ich kann mich mal da hinten ist der spino also wenn wir jetzt hier hochlaufen und wir finden kein ankylo und wir sterben weil ich kann wie gesagt noch mehr tragen die metall habe ich jetzt weggeschmissen weil ich dachte unser plan funktioniert ach so ja dann können wir auch und dann müssen wir mit dem ankylo und dann müssen wir mit dem ankylo das ist das nicht was wir wollen oh der speedo ist hier im wasser alter da ist der speedo den metall kann ich in die kiste reinpacken erstmal was für ein level hat der level 55 weibchen naja dann leg mich da mal ich nehme das auch mal mit der kommt doch noch schön in unsere richtung hier pass auf wegen wegen dass du nicht erwischt wirst ne ja dann gehe ich jetzt schon mal runter jo alter ich nehme das essen hier raus also auf dem marsch ich glaube hier gibt es gar keinen obsidian wie geil das aussieht ey der springt einmal mit seinen vorderbeinen nur raus und kriegt so ein vogel weg weg warum retten der parasaurier an der dann ja hoffentlich holt er sich den anderen jetzt auch noch hier dann sind wir so wenigstens los paul bitte nochmal ja ich hab vielleicht rausgenommen wenn dann muss ich rein machen dann tausend für jeden aufteilen ne soviel finden wir bestimmt nicht ne ja leider aber das wäre cool es sei denn wir bauen uns hier nen mini häus hin und schlafen hier ne nacht der hei hat auch noch seinen spaß da drüben ja sonst kannst du ne base bauen so ne kleinen das wäre eigentlich ganz super ja das habert am trinken und am essen da müssen wir vielleicht noch einen wasserspeicher bauen später nein anders lag das war ja nicht dran warum nicht wir müssen später auf jeden fall hier ne base bauen am besten vom strand unten bis nach hier oben zum berg ach so eine komplette zur war wie so ein tunnel so ein tunnel genau aber aus metall damit die das nicht kaputt machen können ja später wird das eh also wenn du einen großen vogel hast dann brauchst du das ja alles nicht du kannst ja direkt mit dem vogel hier oben landen ja schon aber bis wir so einen großen vogel haben das dauert noch weil der frisst giganto eier glaub ich ne oder doch giganto eier ne 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 der quetzal frisst rex eier und der äh der giganto frisst quetzal eier sowas aber die rex eier brauchen auch lange ne ja ja kannst du auf dem rückweg äh hast du getränkebeutel einstecken da wollen wir mal gucken hab ich nicht aber ich bin schon noch genug brauchst du wasser ich müsste jetzt wasser aufnehmen das heißt na gut ich renne zurück mit meinem zeug und lass meine spitzachse hier oben hier rennt aber auch ne alpha rum weil der paul hatte vorhin ja auch ne begegner mit dem alpha ja wenn wir reinlaufen haben wir fest oh hier ist ne truhe da hol ich die spitzachse hier rein ein verteidigungs aber das ist ja gut hier hast du dich doch schon mal und man muss noch gucken wo unser schiff ist ah da vorne ist es ja ich hab jetzt mehr thamen und so also epic einmal sollte ich es schaffen paar snacks kannst du mitbringen hier ist ne schildkröte wenn noch was in der kiste ist ja sollte theoretisch noch was da sein oh affe oh nein und ich hab die dodo kippe nicht mit nein so wir teilen dann alles halbe halbe ja ja oh hier ist auch ein affe ja der ist ja nicht da hallo ich bin gleich da ja aber mit bär nutzt sich der nicht ich muss wieder abhauen aber die axt ist oh kombis stirbst du gleich wenn ja dann lass ich dir das fleisch in der kiste hier hier ist der berg 5-5 happen werden ok oder 6-7 in der kiste ja achso oben jetzt hier unten ist ok ja das sind noch 10 fleisch drin aber ich glaube obsidian oh raptor 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 warte da alter der verfolgt uns auch noch warte warte ich hab die dings kurz energie tanken ah der rennt die andere richtung warte da kann ich wieder abbrechen auf ach du bist da hoch ach du bist da hoch ja der greift ein stereo an oh hier sind die zwip auch oh hier hätten ich gern die los in dem her was und das und das böse eigentlich hier nein eigentlich nicht wo es ist ja hier ist es mit aber ich sehe keine bös ist es hier ich würde sagen ich versuche weiter auf der linken der ist oben im baum oh oh der kommt der kommt oh tschüss oh der lust voll ab oh komm schon oh ich stehe da vorne komm mal mit vielleicht da vorne ne der ist da gut das hat mich auch hat mich auch wir sind hier am hang oder da war harte arbeit starker tobak aber gott sei dank die axt da wo sie ja ich glaube ich habe ja ich bin los geworden ok da unten läuft darum da ist ein alpha da unten kannst du zu seiner leiche um die ladung dazu holen ich deswegen rennen hier auch so viele ich sehe sie hier oben war nichts bdw wett ich glaube der wollte eigentlich gehen und ist irgendwie auf enter gekommen oder ja der enter das ist kaputt oh ist noch eine notiz die enter das ist kaputt hast du den ja du hast den abgehangen oder ja ich muss was trinken ich werde schon wieder angerufen ich habe nichts zu trinken hier sind ganz viele dinos hier sind ganz viele dinos was ich hoffe nicht dass das jetzt dein ah ne deine leiche leuchtet ja nicht grün ja ne das ist dein aber vorsicht die fetze runter oh warte ja ich bin tot die verfolgt nicht oh das geht bergab hier da kommen wir nicht hier ist falsch ja da unten so riesiger dinos ey armer pilo ey keine sorge ich bin unterwegs mit flugs sauberer ja semmel brächt dir doch die knochen ich hoffe der bleibt am leben hier hängt ne immer so verwirrt wenn die musik aufhört er dich aber trotzdem noch verfolgt hm ja ich bin verletzt er hat mich jetzt gleich oder ne er kämpft mit dem komischen stehgeruch hier ist wieder ein buch ja aber keine ankylos alter da ist ein triceratops oh nein 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 oh ich hab ihn oh alter wen hast du level 15er raptor okay oben ist safe das fies tot oh er ist down ich kann ihn ja noch ein bisschen schlagen für fleisch ähm 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 gut dann renne ich wieder nach oben äh hier unten den berg drüber da wo wir das ding äh das buch oben auf der bergspitze hatten da auch bin ich runtergelaufen auf der anderen seite Richtung äh wo ganz viele bäume sind also eigentlich also was einen auch noch ab und zu den äh das leben retten kann ist wenn du verfolgt wirst du bist auf der flucht und hier ist der raptor gerade bewusstlos inzwischen steine und 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 zu einem anderen tier und dann nur noch fleisch hast du einfach genau 15 gitter schnell und das andere tier auf einmal anhitten und ich hab ihn jetzt nicht angeregt er hat den Alarm anrufen ich hab ihn jetzt nicht angeregt dann nehmen wir den einfach als schutz mit ja ja weil die schutzparen fahren ich hab hier oder mal das kurz äh dort hier unten werden wir doch bestimmt Glück haben und dann ein Kilo treffen oder finden ich bin gestorben ich weiß nicht woran in meinem Inventar ist noch die Spitzhacke ich wollte die gerade wieder in die Kiste legen also ihr habt es ja drauf Leute bei euch läuft es richtig erfolgreich wie da wir haben eine Ladung oben auf dem Berg ja direkt neben der Kiste ich weiß aber nicht warum ich gestorben bin ähm dehydriert wahrscheinlich ne weil man braucht übelts viel Wasser also ich steck irgendwie kein Wasser von den Bären ne ne kriegst du auch nicht wirklich das heißt ich werde jetzt sterben nein wir werden da unten schon irgendwo Wasser finden Problem ist nur werde ich die Kiste wieder finden obwohl ich werde dagegen ankämpfen mit essen damit deine Energie nicht verliert oh 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 nein hier so ein oh der dauert aber trotzdem lange 19% also da ist die Kiste jetzt wie hast du es mit dem der Gute meine Leiche du hast die Spitzhacke ich wollte sie gerade wieder reingehen bitte was der greift mal an greift mal nicht an oder der schubst dich nur weg wenn du zu nah bist und das ist das Problem wenn du dich hier weg schubst bist du tot ich glaube ich bin zu hoch gerannt da ist die Frage was heißt zu nah ich gehe direkt neben der Kiste also müsst ihr eigentlich finden also ich wäre eigentlich dafür dass wir den Raptor hier töten und das Fleisch lieber für uns beiden ja du stehst bei mir an der Kiste achso dann wird das wahrscheinlich falsch angezeigt aber ich bin tot looter meine Leiche und nehm alles raus Alter was machst du mit deiner Hand bist du bin küsst die Hand damit oh Affe hör doch auf mit dem Scheiß oh warte ich hab schon wieder ein Vieh warte ich komme damit bis zur Hand ja da ist der Alpha auch in der Nähe irgendwo deswegen lass uns hier links runter deine Leiche kann ich doch eigentlich so weit erstmal lassen ne ne looter die und legt die Metallspitzhache wieder in die Kiste ne die äh die Acker habe ich jetzt zur Hand genommen ok dann ist gut ich hab sowieso gleich wieder ich hab wieder Tiere am Arsch ja ich hatte ein ganz ah ja ich musste ja irgendwo ein Ankylo rumrennen nur einer muss ja noch nicht mal ein 150er sein er hat jetzt ganz viele Coyoten am Sacker aber aber ganz ganz viele Kombis ich trau mich nicht mich umzudrehen weil die Musik sagt ja nicht ob da noch jemand ist oder nicht einfach hüpfen und umdrehen wow oh du bist in der Dino Family reingerannt ja der ist hier noch warte mein freundlicher Dino-Freund tu was hilf mir ich bin jetzt fast auf der Spitze oh Semmel nein ich hab ihn zum Dino gelockt sie kämpfen jetzt oh hier ist ein Troodon oh nein oh hier ist noch Obsidian NEIN oh alter leck mir den Arsch soll ich hier in die Kiste Obsidian runter schmeißen ach du scheiße wir sind hier mit dem Sumpf alter leck in die Kiste jetzt ist zu weit weg ich bin hier oben auf der Spitze jung wow, nein 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 äh ich komm hoch ich komm hoch Alter was du hast überlebt ich brauch Essen 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 Alter wie hast denn das überlebt ich brauch dringend Essen Paul Scheiße, wie soll ich nicht runterkommen? Nein! Die Tinos sind bei mir! Oh, ist hinter dir. Ah, hier gibt es einen Weg runter. Oh, ja, ich bin auch hier. Sonst lass es gleich zurückfahren. Oh, ich bin unten, ich bin unten. Ich bin unten, ich bin unten. Ich bin unten, ich bin unten. Ach, wir sind hier bei uns. Ja, aber hier ist das Koko auch irgendwo. Muss man aufpassen. Ja, da links läuft was weg. Bis runter schaffst du es nicht mehr, oder? Doch, könnte ich schaffen. Hinter dir kommt was. Und jetzt, ob sie die Ahnung ist. Ja, warte, ich mach noch einen Obsidian, weil der heulte auch grad rum. Hier sind ganz viele Dilos. Sonst, wie viel Essen hast du? Ich hab gar nichts mehr. Gibt es einen Alpha-Dilo? Nein. Also, wie viel Hunger? Hast du Hunger oder nicht? Ich würd sagen, lass uns das auf der anderen Seite versuchsen von unserer Seite. Warte mal, ich dropp die ersten Obsidian, ist nicht viel. Da, wo wir früher die Base hatten, da in der Nähe. Die sind hinter dir, die holen die Kissen runter. Da laufen wir einfach jetzt hoch. Oh, hier haben Kombis eine Schlange getötet, geil. Ich mach jetzt auch noch zwei Kisten. Oh, hier ist ein Dieb, hier ist ein Dieb, hier ist ein Dieb, hier ist ein Dieb, hier ist ein Dieb. Weil bis zur Kiste sollte ich noch rankommen. Hey, Dabby, komm. Ja. Und dann zerhack mal den, das Katzenfilid da. Für Fleisch. Springen Sie mal. Nein, guck doch, ob da Piranhas sind. Ne, Piranhas nicht, aber ein Hai. Ja, ich hab mein Loot wieder zurück. Alter, ich bin wieder. Ich glaub, das schaff ich nicht, das ist runter. Oh, der kommt. Dann einfach in die Kiste packen. Egal, immer auf die Nase. Hey, der kommt zu mir, was soll der Scheiß? Also, ich bin auch gleich tot. Weil ich gebrochene Beine. Ja, die bauen keine Dämme. Ach man, nur die Wilden also, ja? Ja, ja, ja. Ich glaub, ich erfriere hier oben, hier ist ein bisschen zu kalt. Jo, ich komm wieder runter. Also, da wo wir früher gebaut hatten, da muss eigentlich ein Ankylo rumlaufen. Äh, ne, wir sind immer dann rechts gegangen auf den Strand. Dann ist da diese kleine Lichtung einfach da hochgegangen und dann waren da ganz viele. Ja, jetzt darf man doch hier links lang. Obwohl, ich weiß, was du meinst. Nein! Ich hab' ab und zu Glück, wenn... ... auf der Lichtung. Ja, ja. Dann gab's ja diese Lichtung immer. Da ist es... ... alles gebrochen. Da ist jetzt der Alpha weg, der hier vorne rumgelaufen ist. Genie, ich komme! Oh, der hat sich aber verlaufen hier. Ist da die Kiste gewesen, wo du grad gestanden hast? Oh, hier ist noch Obsidian. Äh, ja, da unten ist irgendwo die Kiste. Ich sammle hier einfach Beeren, damit ich vielleicht nicht gerade verhungere. Oh, mein Herzschlag wird immer lauter. Aber du siehst ja nicht, wo ich bin. Äh, ich seh' dich gerade nicht. Wo bist du? Äh, von dir aus gesehen rechts. Ich bin hinter dem Berg hier. Äh? Ist grad an mir vorbeigelaufen. Da ist unsere Base jetzt. So, dann. Also hier war heute Morgen Alpha Raptor. Ist da die Kiste, wo du grad hinreißt? Ja, hier ist die Kiste. Nice, nice. Siehst du deine Leiche da stehen? Ja. Äh, kiss die Hand. Samuel läuft einfach, lässt mich hier alleine. Oh, da ist noch Fleisch drin. Du hast das nicht ausgenommen. Oh shit, Kröte, hallo. Ich hab ja gesagt, ich nehm nur... Okay, ja gut, dann... Glaub ich, musst du das jetzt schaffen. Ja, dann geht's dir jetzt gut, ne? Ja. Pass nur auf, ihr hört den Alpha rum. Lass doch den Paul einfach sterben, ne? Äh, was? Nein! Ich hab eh gebrochene Beine. Guck mal, hier hast du noch. Äh, guck mal nach rechts. Der, der, der läuft gerade weg. Äh, hier ist doch einmal Wasser drin, notfalls. Oh ja, Wasser durch. Da ist der Alpha Raptor. Ach so, auch mal Bären hier noch zusammen. Weil mit den Beinen kann ich nicht mehr laufen, nach unten. Level 90, alter Pfeiler. Wo? Also laufen wir hier links lang. Aber da müssen wir erst zu Glück nicht hin. Ja. Äh, ich lauf doch mal runter mit der Obsidian. Ja, und die Axt, die können wir ja unten lassen. Oh, ich hab jetzt um... gelassen. Holocaust. Alja. Was hallst du denn eigentlich um... Was da? Was holst��은ли eigentlich als Großes? Was sollst du denn eigentlich zum Groß WHAS? einem REX. Also, oder den Speedo, weil der Speedo mit dem neuen Update ja dann, was jetzt nicht kommt, der dann auf Zwei Beine auch laufen kann, ne? erstmal steine dann ging es also ich denke mal dann wird er noch mächtiger als der rex das ist die frage hier rechts schon war da auch weil ich will mal hier rechts kommen jedoch manchmal aber hier rum was klar was den modus herum weil ich da immer diese friedliche zone war hier ist nicht mehr friedlich seit diese scheiß raptoren so gut sind und die werden jetzt noch stärker mit einem update das ist ja immer noch an meinem arsch keine ausdauer mehr ich muss mal kurz ein bisschen langsamer laufen hier müssen wir auch hier rennen auch Prozent Prozent karlowen mehr und nicht so will er spielt die Probe stürzen auf dem Land abstehen mit Steine und guten Morgen auch nur noch naja wenn wir zu nah dran kommen der Bescheid ich würde gerade noch ich baue jetzt gerade gleich noch mal Prozent wo ist man das ist ein strahlender den sieht man immer erst mal kurz davor ist das ist das problem jetzt muss doch langsamer kommen ja jetzt hier rechts aber hier sind auch wechsel hier müssen aufpassen hier darf noch gerne mal rechse rum alle werden den bomb umgeschmissen ich sehe gar nicht das ist so ein typ das heißt wahrscheinlich ist nichts gefährliches schildkröte ich habe leider auch nicht gesehen ja das war bei der schlüpfe wo bist du hier auf dem Berg oben also an dem Diplo rechts von dem Diplo bin ich da hinten sind äh ganz viele davon muss also den Bergkamm hoch ja 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 war das die Klippe ne ich seh da ah ne das ist mein Strahl sorry ähm äh äh die ist ne Leiche aber das ist deine ich seh auch nen grünen Strahl aber das wird meine ich seh dich gar nicht wo bist du denn ja da ist auch nicht so ne Ementar also ich bin jetzt hier oben wo der Diplo läuft da äh eh rechts davon ich bin auch so ne Klippe runter gesprungen ôiôiôiôi pois also es schwer praktischer äh ah hier hinter dir warte da ist ein Bär wo hier der sitzen bestimmt alle böse was hier unten rum läuft oder da hier ist kein Bär wo sind die Bär das ist ein schwein so ich habe es ist ein schweinchen aber hier ist weit und breit dann müssen wir doch hier weiter runter laufen aber das wird immer gefährlicher schildkröten nein zwei kombis sie haben post ich bin runtergelaufen hier ist ein gürteltier aber worunter gelaufen den berg runter wo du die kombis getötet hast direkt da weiter geradeaus runter du hast es geschafft du lebst ein bisschen fleisch habe ich reingepackt okay ich habe auch noch mal ein bisschen fleisch guck mal da ist leder drin da kann man gleich noch mal ein getrennt da kommt ja wieder ein kleiner hügel da bin ich jetzt auf dem hügel das muss ich selber mal gucken prokodil hä wo bist du oh dodos ja kommst dran wir brauchen gleich ganz maul ich bin jetzt wieder hier oben warte ich komm zurück da läuft die sau die schildkröte sieht die schildkröte ja da unten läuft eine schildkröte ja laufen zwar jetzt bin ich bei den schildkröten zwei schildkröten warte oder ist ein eifer da hinten bei schildkröte eine schildkröte ist gerade gestorben durch ein eifer also hier hinten können wir auch nicht lang hat sich euer ledig da ist ein patchy ja also ich war ganz geradeaus hier durchgelaufen aber da hat er schon wieder durch ja das ist so krass ne wir müssen nach links weil da ist zum gebiet wo du hinläufst ja das problem ist links ist der alpha ja hier ist sowohl ich glaube guck mal ähm können wir einfach über den hügel da krass ey dann kannst du wieder runter gucken ich hab nochmal leder mitgebrauchst du noch fiber oder sowas äh ne ich hab jetzt wieder eine wasserflasche aber ich seh keinen, nicht einen einzigen an kühler aber hier müsste doch jetzt nur an kühler sein weil ich bei aller Liebe guck mal was da alles ist du hast jetzt zwei wasserflaschen einstecken ne ich hab eine aber das sollte reichen eine mal ja ich bin auch vorhin nur ohne wasserflasche immer hoch und runter da läuft ein gürtel hier ja links hinter dir raptor hinter dir raptor soll ich dir noch eine herstellen ne ne pass schon da ist ein pferd alter äh gibt es oben noch viel obsidian sollen wir hier auf den berg rauf hier ich würde gerne weiter oben noch auf den berg rauf um zu gucken ob da noch kristall ist oder sowas oder küll ich hab ja auch da oben vor was großem der flüchtet nicht der läuft noch mal so wassersecker hab ich jetzt aber warte der raptor kommt nein essen daueränder aus dem manchen ja also ich nehme ich gleich noch mal was raus und lauf dann schon mal hoch ne ich brauch was zu soviel denn scheiße ich brauch's zu trinken und mein ganzes Lappen werden kann so aus das wieder ein Buch ja wir müssen mal zu wasser 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 alles droppen hier brauchen wir nicht ich hab hier vorne ist Wasser ne? ja Feuerstein tu ich hier einmal rein Die Fledermaus ist das Buch Und einmal Stein Jaja, nimm noch schnell und dann gehen wir hier runter Ich lauf noch hoch Nuklear Ok Und verhungern tu ich auch Das ist wirklich Hardcore mit dem Essen und Getränk Weißt du, ahhhh, wir sind da an der Zunge hinten Hoffentlich ist hier nichts Böses Druck auf und geht aber noch Bären Der Alpha war jetzt nur gefährlich, aber den haben wir glaub ich umlaufen Wir müssen erstmal Lagerfeuer machen und erstmal Fleisch kochen hier Ich geh nur unter das Deck rein, ok Hallo Schildkröte, ja ich würd dich gerne umbringen, ohne Scheiß Der sieht eigentlich auch geil aus, ne? Ja 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 Ja